Erklens Hetzerath Auf der K29, das ist die Hohenbuscher Straße, Ecke Ruhetalstraße in Erklens Hetzerath kam es am Donnerstagabend zu einem Unfall. Zwei Fahrzeuge kollidierten im Skreuzungsbereich miteinander. Die Fahrerin des Oldtimers musste aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend mit dem Rettungsdienst des Kaisers Heinsberg in ein Krankenhaus gefahren. Die Unfallursache wird nun von der Polizei ermittelt. Die Unfallursache wird nun von Rettungsdienst des Kaisers in Erklensdienst des Kaisers.